Wir stehen hier in Kreuzberg in Berlin neben einer von den vielen neuen Pop-up-Bike-Lange, wie wir hier sehen. Viele wundern sich sicher über die etwa 20 bis 25 Kilometer, die wir bisher haben in Berlin. In der Tat ist es aber so, dass wir, um das Mobilitätsgesetz bis 2030 umzusetzen, tatsächlich genau in dieser Geschwindigkeit, wie in den letzten Wochen... Mann, bist du bescheuert oder was? Ey, das ist so eine Scheiße, das ist genau... Halt jetzt mal an! Wie in den letzten Wochen, also genau, was das ist. Oh, was? Nein, die sind Kinder, alle Leute gucken, die sind die Juden, die haben hier so einen schlechten Nachkrieg. Guck, ich muss reg's noch was aus. Ich glaube, wir müssen noch mal neu anfangen. Ja, wenn hier jeder macht, was er will, dann ist hier alles guckt auf. Habe ich recht oder habe ich nicht recht? Ja, so, genau. Weil der Ameisenhaufen funktioniert nicht, wenn jeder macht, was er will. Wir müssen an die Mindestregeln, müssen wir uns halten. Danke. 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 Danke.